Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Rehsport Subboard Set. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Stand-Up Paddleboard für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Subboard Set werde ich dir auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Stand-Up Paddling ist einfach eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung, vor allem von Naturfreunden. Es geht darum, Gewässer zu erkunden, Zeit an der frischen Luft auf dem See zu verbringen und so kann das eben durchaus sehr, sehr viel Spaß machen. Das Subboarden würde ich nur Leuten empfehlen, die sportlich fit sind und auch gut schwimmen können. Wenn du noch unsicher bist, solltest du vorher vielleicht erstmal einen Stand-Up Paddling Kurs besuchen. Gibt es zur Sommerzeit in den meisten größeren Städten. Preislich finde ich sehr interessant, was hier aus dem Hause Resport geboten wird, würde ich mit Hinblick auf die Ausstattung des Subboard Sets als ein faires Angebot bezeichnen. Das ist meine Einschätzung. Ob es für dich das passende Subboard Set ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einiges Subboards auf dem Markt, also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wichtig ist auch, dass es hier verschiedene Größen und Farben zur Auswahl gibt. Kannst du dann ja bei Interesse alles dann mal so dir raussuchen. Wie es am besten zu deinen Vorstellungen passt, wichtiger Tipp an dieser Stelle. Grundsätzlich hast du hier ein Komplettset, sodass du direkt loslegen kannst mit dem Stand-Up Paddling. Das Aufpumpen dauert auch meistens nicht so lange. Wenn du das ein paar Mal gemacht hast, würde ich so schätzen, so circa 10 Minuten. So in dem Dreh ungefähr dauert das. Und praktisch ist auch, im nicht aufgeblasenen Zustand kannst du es auch leicht zum Beispiel im Kofferraum verstauen und so dann mit dem Auto zum Gewässer fahren. Ja, also im nicht aufgeblasenen Zustand sind diese Subboards auch mega leicht zu transportieren, was auch ein Vorteil ist. Allerdings finde ich es persönlich angenehmer, wenn du so nah am Gewässer wohnst, dass du es einfach im aufgeblasenen Zustand zum Wasser tragen kannst. Finde ich angenehmer, ist aber natürlich eine Geschmacksfrage und genau. Ja, also was du hier von diesem Set geboten bekommst, finde ich, in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis kann sich das durchaus sehen lassen, würde ich für ein Subboard-Set als ein faires Angebot bezeichnen. Ob es für dich das passende Subboard ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir doch noch dein eigenes Bild zum Rehsport-Subboard-Set. Das Amazon-Angebot werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Noch ein extra Tipp für Stand-Up-Paddling-Freunde. Vorsicht bei der Brille. Viele Leute nehmen eine Sonnenbrille und das ist ja auch richtig so, um sich von der Sonne zu schützen. Was sie dann aber vergessen ist, wenn man am Anfang die Ballons noch nicht so gut halten kann, fällt man auch mal ins Wasser und da ist schon die eine oder andere Sonnenbrille untergegangen. Da gibt es eben Möglichkeiten, die Sonnenbrille schwimmbar zu machen. Das nochmal als extra Tipp an dieser Stelle. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass dir mein Video weitergeholfen hat. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir viel Spaß bei deiner nächsten Subboard-Tour. Alles Gute. Ciao. Ciao. Vielen Dank.